Wir befinden uns alle gemeinsam momentan in einer sehr schwierigen Lage und haben natürlich den Musikbetrieb eingestellt und befinden uns in verschiedensten Unterstützungsleistungen. In diesem Sinne möchte ich euch als Heeresmusikchef alles, alles erdenklich gute wünschen und ganz wichtig, schaut bitte auf euch, bleibt gesund und ich gehe davon aus, wir werden das sicher gemeinsam schaffen und sicher wieder in eine ruhige Zeit zurückführen. Ich habe kurz ein kleines Musikstück für euch vorbereitet mit dem Titel Melodie für euch und ich möchte euch hier eine Gedakte vorspielen. Das ist ein kleines Musikstück. Das ist ein kleines Musikstück.